Güler Graf Andraschi von CSI Karszenkirali und Kastzner Horka der Jüngere war ein führender Politiker in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Leben Andraschi entstammte einer alten ungarischen Magnatenfamilie und war der zweite Sohn des ungarischen Ministerpräsidenten Güler Andraschi. 1885 wurde er ins Budapester Parlament gewählt. In der Regierung Wekele war er unter Staatssekretär sowie Unterrichtsminister. Ab 1894 amtierte Andraschi als Minister Alaterre bzw. ungarischer Minister am königlichen Hoflager, der die ständige Verbindung zwischen dem Wiener Hofe und den Ministerien in Budapest sicherzustellen hatte. Er war ungarischer Innenminister, wieder unter Ministerpräsident Wekele, danach Oppositionsführer im Budapester Parlament, sowie kurzzeitig der letzte K.U.K., Minister des Äußeren. In der Zeit vor 1914 galt die ungarische Innenpolitik als Spielfeld von nur vier adeligen Politikern, Mihaly Karoli, Istventissa, Albert Apuné und Andraschi. Andraschi erklärte als letzter österreichisch-ungarischer Außenminister, die Allianz mit Deutschland für beendet und bot am 28. Oktober 1918 der Attate erfolglos einen Sonderfrieden an. Diese wollte mit der machtlosen Regierung des Monarchen nichts mehr zu tun haben und erkannte die Vertreter der einzelnen Völker Österreich-Ungarns als deren legitime Repräsentanten an. 1921 war Andraschi Führer der christlich-demokratischen Partei, als der er Kaiser Karls Restaurationsversuch unterstützte und deshalb sieben Wochen in Untersuchungshaft kam. 1926 legte er schließlich sein Abgeordnetenmandat nieder. Politik im Ersten Weltkrieg Andraschi war für die mitteleuropäische Zollunion. Die neue freie Presse veröffentlichte am 7. November 1915 seine in diesem Sinne geäußerte Meinung über die Vertiefung des Bündnisses mit. Deutschland ein Verteidigungs-Zoll- und Handelsbund im östlichen Mitteleuropa wäre für die Mittelmächte die Brücke nach Südosten. So wie Deutschland im Bund mit uns einen sicheren Weg nach Asien eröffnen kann. So können auch wir unsere Ziele auf dem Balkan nur auf Deutschland gestützt erreichen. Andraschi distanzierte sich später vom Mitteleuropa im Sinne Naumanns, ihm schwebte ein neues, rein defensives, lösbares politisches Bündnis vor Augen. Andraschi verteidigte den Frieden von Bukarest, der Ungarn-Landgewinn verschaffte, als Beispiel einer gemäßigten Politik. Bezeichnete die deutsche Politik in Brest-Litosk hingegen als Verwirklichung der größten imperialistischen Konzeption, die der deutsche Geist bisher ersonnen hatte. Brest-Litosk, nicht der Bukarester Frieden, als Beispiel einer gemäßigten Politik, sei für die Weltlage entscheidend gewesen. Die Wirkung wäre angeblich genau dieselbe geblieben, wenn wir die kaum bevölkerte rumänische Grenzgegend nicht genommen hätten. Die Gebiete an den Karpatenpässen sollten die letzten Gebietserwerbungen der Monarchie sein. Am Vorabend der Friedensverhandlungen von Brest-Litosk verkündete Andraschi in der neuen freien Presse und verhohlen Eroberungsabsichten der Monarchie. Andraschi war für den Trialismus mit Polen die Einbeziehung ganz Polens in die Habsburger Monarchie, denn das bürokratische, zentralisierte Österreich würde bei dieser Lösung endgültig verschwinden und an die Seite des auf nationaler Basis stehenden Ungarn würde der polnische, gleichfalls nationale Staat als natürlicher Bundesgenosse treten. Da jeder Teil der Monarchie dann etwa 20 Millionen Einwohner zähle, ergebe sich eine Dreiteilung des Einflusses von selbst, die durch keinerlei staatsrechtliche Künsteleien verhindert werden könnte. In der Außenpolitik müsste man dem ungarischen Parlament allerdings ein Veto-Recht sichern. Andraschi war für den Trialismus, weil er durch eine direkte Angliederung Polens an Österreich das Übergewicht eines in Zukunft vielleicht auch wirtschaftlich stark werdenden, geschlossenen österreichisch-polnischen Blocks fürchtete. Anfang Oktober 1915 versuchte Andraschi im trialistischen Sinne in Berlin zu wirken, worauf Ministerpräsident Tissa betonte, der Dualismus sei ein Nullimitangere. Es gab Anfang 1916 sogar Pläne, zur Durchsetzung des Trialismus, Tissa zu stürzen und durch Andraschi zu ersetzen. Der rechte Flügel der Opposition Die Partei Andrassis stimmte bei den außenpolitischen Bestrebungen mit der Regierung Tissas und dessen Arbeitspartei meistens überein. Nur in der Innenpolitik wollten alle Oppositionsparteien gemäßigte Reformen, um die Spannungen im Inneren abzubauen. Die Tissa mit Gewalt niederzuschlagen gedachte, ohne an der Hegemonie über die anderen Nationalitäten rühren zu wollen. Nach dem ungarischen Wahlrecht waren 1913 nur 7,7 Prozent der Gesamtbevölkerung wahlberechtigt. Eine Pseudoreform kurz vor Kriegsende sah ganze 13 Prozent als wahlberechtigt vor. Schriften, Diplomatie und Weltkrieg Berlin, Wien 1920 Ungarnsausgleich mit Österreich vom Jahre 1867 Leipzig 1897 Gesamtbevölkerung Gäli B-Volensk Sekurante 25 15 19 19 21 19